5%-Hürde Nicht alle Parteien, die auf dem Stimmzettel stehen, schaffen es auch in den Bundestag. Denn dafür braucht eine Partei bundesweit mindestens 5% der Zweitstimmen. Bekommt sie weniger, und seien es 4,9%, geht sie leer aus. Diese Regel heißt Sperrklausel. Besser bekannt ist sie als 5%-Hürde. Der Sinn der 5%-Hürde. Sie soll eine zu starke Zersplitterung des Parlaments verhindern. Wer die 5%-Hürde nicht überspringt, kann es trotzdem in den Bundestag schaffen. Dazu muss eine Partei mindestens drei Direktmandate gewinnen. Die kann sie bekommen, wenn sie in drei Wahlkreisen die meisten Erststimmen erzielt. Dann kommen nicht nur die drei Abgeordneten aus den Direktwahlkreisen in den Bundestag. Es wird auch der Zweitstimmenanteil dieser Partei berücksichtigt. Ein Beispiel. Die A-Partei hat bloß 4% Zweitstimmen bekommen. Damit kommt sie wegen der Sperrklausel eigentlich nicht in den Bundestag. Weil sie aber drei Direktmandate gewonnen hat, schafft sie es trotzdem. Für die A-Partei ziehen nicht nur die drei Direktkandidaten in den Bundestag, sondern wegen der 4% gewonnenen Zweitstimmen auch noch zusätzliche Abgeordnete. Das kann einen Zugewinn von über 20 Bundestagsmandaten ausmachen. Hat eine Partei aber nur zwei Direktmandate gewonnen, bekommt sie einfach nur diese zwei Sitze. Also, wer weniger als 5% der Zweitstimmen erhält und nicht mindestens drei Direktmandate gewinnt, verliert alle Zweitstimmen. Denn Parteien sollen nur in den Bundestag gelangen, wenn ein ausdrücklicher Wählerwille vorliegt. Mehr Infos gibt es bei der Bundeszentrale für politische Bildung.